Hallo und Grüezi! Aufagai.ch ist heute bei Audio-Video Sparlinger. Wir haben uns heute dem Panasonic Flaggschiff, dem OLED 65 Zoll Fernseher gewidmet und werden Ihnen im nachfolgenden Video das zeigen, was uns aufgefallen ist. Der 65 LCC 2004 ist das aktuelle Spitzenmodell und bietet 4K Auflösung auf einem OLED-Pro-Display. Also das Beste, was heute die Technik zu bieten hat. Speziell aufgefallen ist uns auch die tolle Schwarzbildauflösung, also auch bei heller Beleuchtung, die Hintergründe, die schwarzen, sind wirklich tiefschwarz. Das Flaggschiff hat die Top-Prozessoren von Panasonic und ein Panasonic-eigenes Betriebssystem. Der stolze Panasonic-Besitzer kann verschiedene Modis wählen, zum Beispiel Dynamik für Sport, dann Normal oder den Filmmaker-Modus, der den Film so zeigt, wie er wirklich geschnitten und aufgenommen wurde. Das Panasonic-Flaggschiff unterstützt auch den Gaming-Mode extrem und ist daher sehr gut für Gamer geeignet. Das Panasonic-Flaggschiff hat eine eingebaute Soundbar, die zusätzlich mit einem Subwoofer ergänzt werden kann. Ebenfalls arbeitet ihr im 360-Grad-Soundscape-Pro-Modus, der Dolby Atmos zertifiziert ist. Mit dem Lautsprecher-Array lässt sich der Klang punktgenau steuern nach Bedürfnissen des Anwenders. Mit dem massiven Metallfuss steht das Gerät stabil und lässt sich dazu wunderbar flexibel drehen. Unser erstes kurzes Fazit, das Bild ist top, das haben wir so erwartet. Überraschend war auch noch für uns die Tonqualität und die Einstellungsmöglichkeiten für den Sound. Insgesamt top.